Das Hotel Klubtes liegt in Alanya, Konakli in türkische Riviera. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Das Hotel bekommt 2,5 von 6 Sonnen und scheint in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial aufzuweisen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,5 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 2,7 von 6 Sonnen. Zimmer. Die von den Gästen vergebenen 2,1 von 6 Sonnen für die Ausstattung der Zimmer bieten. Viel Raum für Verbesserungen. Gastronomie. Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 2 von 6 Sonnen für die Küche. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 1,9 von 6 Sonnen. Service. Einige Gäste sind mit dem Service unzufrieden und bewerten das Hotel in diesem Punkt mit. Durchschnittlich 1,6 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.